die Bioschleim sind im ersten Teil übel zu sehen ja im ersten Teil können sie sich verdoppeln und verdreifachen kann ich auch ich brauch nur ne Frau dazu im ersten Teil dauert auch bisschen länger wir können auch nur drei neun Monate bis meine Zellteilung verwandt ist im ersten Teil können nur drei Mops auf ner Karte hier auch oder weiß ich nicht das glaube hier ist es auch so Geist äh hast kannst du int dann nimmst du Geist und danach Vitalität oder ja oder noch was willst du mit Glück du brauchst ja ich brauch kritische Heilung kritische Heilungen Heil Aura Einladung Heil Aura was bringt das hier äh ne hier Dings ich war dies hier ach genau das war Teil 1 auch so doch Gott das braucht auch wirklich kein Mensch nein bei diesem Spiel braucht man das wirklich also vielleicht wenn hier ach ne die Baustelle nein 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 ach so das wäre wie ein Spoiler gewesen oder was nein ich verstehe ich kann es nicht ist es ja verstehe ich aber ja ich komme ich brauche mal bitte rauf nicht immer nur nach unten geht mit ich würde gerne hier weiter ich meine neue oder ein Jahr du hast die Kiste gefehlt tut mir leid und jetzt können wir hier das ist doch Prozent wir nehmen das Angebot nicht an uns geht 5000 Lüg ist viel zu teuer nein Ausrufezeichen ihr seid echte Geschäftsleute gefallen euch 3000 Lügge nein zu viel haben wir überhaupt nicht das ist auch viel zu viel was erwartet ihr ich kann es euch nicht verschenken ich kann es nicht verschenken oh aber ich aber ich ach so das warst du ja lass uns hier nicht zu lange verweilen der Terror könnte jeden Moment anfangen ich kam um Rocky den Patron der Erde zu finden aber er ist nirgends zu sehen nun da muss ich weiter suchen bis dann er soll werden es mal angenommen oder wir haben weiter geht es wir haben kein Schießpulver er wollte 3.000 3.000 werden fahren müssen er ist einfach abgehauen werden er ist abgehauen Mann es liegt das an der Farbe müssen dafür ja aber wir brauchen es ja ja wir müssen jetzt erst mal gucken wie es weiter geht ohne jetzt äh irgendwie ist bei uns zu können weil ich bin ich gespielt habe glaube es gibt noch einen anderen möglichen daran zu kommen 3D 3D die Faktor Kendi auch heute doch er hat er an der Hälfte Leiter so verdammt und es ist ein Video Spiel Klischee warum laufen alle unten links nicht aufgestiegen ich bin auch gestiegen ich kann auch Vitalität gehen das geht es ist der auch oder bitte was soll ich machen also ich habe durch die Schnauz voll von einem Blatt die ganzen lang die Hälfte der Gäste Wolle da die Liedt und die Liedt die Liedt und die Liedt und der Minerfäl Die gibt's auch Teil... Teil 1. Ich hab getroffen. Ja. Sieben Tage lang. Um mal ein bekanntes Lied zu verunglimpfen und ins... Verunglimpfen, man? Das wird erwähnt. Das wird dann öfter gehört. Das ist Werbung. Ja, Alter, mal im Ernst, wenn wir 10 Views kriegen, sind wir glücklich, ey. Ja, geht voll. Ach so, geht's mal inzwischen? 13. 42 hab ich mir mal. Ich glaub, ich mach ein bisschen mehr Damage dazu. Ich hab die ersten Waffe. Lass mich mal einen machen. Ja, hau rein. Ich mach eins. Eins. Was sind das für ein Geräusch, ey? Das ist, wenn die sich kurbeln, oder? Ui, oder was? Was passiert da oben jetzt, Rolle? Aha. Habt ihr das gesehen oben da ins Cast-Rolle, Alter? Rolle, was? Ja, ihr habt beide... Ach, ihr seid voll... Ihr seid schon betroffen, oder? Wir sind betroffen. Ey, wenn ihr's gesehen habt, ne? Auf meinen Channel. Auf mich, auf deinen. Nein. Bei mir ist das Video. Sag mal, jede Möglichkeit... Ich mach fünf an denen. Fünf. Fünf, ist doch was. Ich kann eigentlich auch Start drücken, mehr mit Trash machen, oder? Nein, machst du sie nicht, oder? Ey, warum? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich hab keinen Bock auf die Kiste. Scheiße, Kisten, man. Kisten sind für Noobs. Die Kisten brauchen. Wir können Bonos in fünf Jahren für Goldkopf. Wenn der Boss vor uns steht, darf ich dann seinen Namen sagen? Oder darf ich mich heilen? Ich heil dich, oder? Ich heil dich, oder? Ich heil dich halt. Wenn der Boss vor uns steht, darf ich deinen Namen dann sagen? Nein, ey, ey. Du darfst keinen Namen sagen. Ich kann sechsmal casten. Hier werden keinen Namen genannt? Nein. Das ist der Witz an YouTube. Wir sind alle anonym. Das stört den überhaupt nicht. Doch, das stört den. Sicher? Ja. Ich kenne ihn persönlich. Eins. Der hat gesagt, ey, bitte, wenn er mich aufnimmt, dann sag mal bitte nicht meinen Namen. Oder was? Oh, das trifft gerade das Behinderte ab. Was? Das trifft gerade das voll in die Behinderte-Kommentarie ab. Wie Behinderte? Behinderte im Sinn von Beschissene. Was hat er gesagt? Egal, Mist. Reden wir über, über, über Frauen. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir doch ran. Ich komm' da ran. Ich hab' ein Mörderschwert. Ja, Mann, ich komm' da ran. Ich hab' das längste Schwert von uns allen. Ich hab' meine 1-Damage-Punkte da auffliegen sehen. Deine 1-Damage-Punkte? Ja, was soll ich denn dazu sagen? Du machst keinen Schaden. Ja. Weil ich mir keine Waffe gekauft habe. Ich habe verzichtet. Ich hab' für die Gruppe verzichtet. Ja, ist cool. Dafür konnten wir uns dann das Lebensloser kaufen. Ja. Wir haben auch immer noch 900 übrig. Ja, wir haben bestimmt schon wieder viel mehr. S.B. Borderlands. 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 Was? Ich hab' den Sniper genommen und ich dachte, der, egal, der one-hitted alles. Aber das tut der nicht. Komm' an. Wenn du überquist, quits macht schon, dass er auf Kopf schießt. Ja, aber das trifft ihn halt nicht immer. Weil deine Waffe überquist. Er muss halt ne gute Waffe holen. Ja, das hab' ich mit meinem Nachbarn gespielt. Das hat auch echt Spaß gemacht. Irgendwann waren wir einfach richtig schlecht. Wir kamen mit den Levels nicht hinterher. Was für Level bist du? Die Quest war zu krass. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab' im Moment ein Level, äh, warte mal, lass mich überlegen. Ein Level 34 Soldier. Ne, so hoch war ich auf keinen Fall. Ja, ich geh' zu mich ab. Du bist ein verdammter Freak, oder? Ich hab' einfach nur... Ey, wenn da draußen Leute sind, die mit Bordelands zocken wollen. Ohne Scheiß, ich will mit euch Bordelands zocken. Ich hab' richtig Bock drauf. Hinterlasst einfach Comments. Ich bin ein, äh, halb... Naja, zwei Drittel auf Support geskilled und ein bisschen auf Medic. Wer da Bock drauf hat, ne, nicht auf Support. Ich hab' laba scheiß auf Infantry. Alter, ich bin auf Support geskilled. Von wegen Gruppendamage erhöht. Traubkor, das ändert die... Ja, ich hab' nur noch mein eigenes Thema... Ich wär's beim Boss einsetzen? Ja, das kann man kurz vorm Boss einsetzen. Wenn du nicht mit anderen Leuten spielst, ist es voll behindert auf Support-Skill. Ja, allein spielte sie nicht. Boss und so? Boss, glaub ich. Kann man erst beim Boss einsetzen, hab' ich dich gerade gefragt. Was denn? Also das Traum kommt... Oh, ich bin langgeklickt. Also beim, ich glaub' vor Boss. Beim Boss? Äh, soll ich mal reden? Ja, rede. Was macht denn dieses Loch hier? Das hab' ich noch nie gesehen. Muss! Darf ich jetzt den Namen vom Boss sagen? Nein. Ha, er wird gleich eh eh genannt. Er wird gleich eh genannt. Ja, ich glaub' auch. Mum, muss weg. Tschüss. Hey, also was soll ich mal nicht heilen, ne? Ob ich da jetzt mit eins drauf, obwohl wenn ich mal jetzt... Ich hab' nur noch 660 AP. Da ist der Name. Er hat noch 660 AP. Heiß mich. Wie heißt der? Juwelenfresser. So große Augen hat er gar nicht. Was machst du? Ich heilt den Stock. Ist okay. Beziehungsweise Fleisch. Wo waren wir gerade? Äh, Borderlands, Mann. Oh, Borderlands, Borderlands geht richtig ab. Borderlands geht richtig ab. Ich mag's voll. Aber ich bin jetzt... Ich bin jetzt im letzten Level, dann bin ich hierher gekommen. Und ich werd's wohl irgendwie morgen oder so mal was zu Ende bringen. Das ist ein verdammter Maulwurf, Alter. Er schützt dich. Er schützt dich. Und der kommt wieder raus. Oh mein Gott. Und ich hab' erst mal 45. Ich hab' ihn getroffen. Wie viel? Das war meiner. Wie viel? Meiner war, glaub' ich, 13. Was ist das? Äh... Juwelenring. Juwelenring auf alle. Wie viel macht das? Geht voll. Das ist okay. Glaubst du, die Leben sind noch in Ordnung und so? Ich weiß nicht. Kraftschlag. Jetzt heilt's uns einfach mal alle. Oder wir sind alle tot? Jetzt gibt's auch gleich, glaub' ich bestimmt. Ja, heil' uns mal bitte alle. 9 ist okay. 9 HP. Das war... Alle nachher. Ich kann nur ein heil'. Ach, alle gibt's erst danach, ne? Ja. Richtig. Ja gut, dann heil weiter. Du machst das richtig. Vielleicht, du musst mal irgendwie hier rüberkommen und den... ...einfach holen. Kannst dein Ultimator raufmachen. Der Moment eh nur 10 HP. Nee, hast du nicht. Also, ich hab' keine Scheiße. Ja, 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 ja. Ich kann noch dreimal cast. Äh, jetzt noch zweimal cast. Haben wir Walnüsse? Wir haben keine Walnüsse. Nein, wir haben keine Walnüsse. Wir müssen bei ITILs verschwenden. Wir haben Walnüsse. Ja, wir haben genug Bonbons. Ja, wir haben genug Raufs. Ruhig. Okay, ich verbrühe noch mal, ne? Ihr habt beide... Fleisch... ...laufen ja genau. Du musst noch mal rauf. Du rauf noch mal rauf. Genau. Bis das oben. Jetzt kannst du... Jetzt ist es okay. Jetzt mal... Jetzt mal hier auch mal Schaden. Du machst Schaden. 13. Alle wollen wir... Er schützt sich. Er schaue mir jede zweite Waffe kaufen oder so. Oder hilft das irgendwie gar nicht. Ich weiß es nicht. Ey, ich glaub' echt nicht. Also, ne. Mach' keinen Unterschied, ja. Juwelen regen auf. Fleisch. Hast du verdient. Ja gut, das ist nur okay. 84. Hast du auch verdient. Da kommt er wieder. 14. Kommt, 14. Geht voll. Mach's ihr mit einem hin. Soll ich mal Traukor? Ne, Traukor ist jetzt auch fail. Ich bin ja... Ich bin normal, also. Beim nächsten Boss wissen wir es besser. Irgendwie... Er kann sich nicht wehren. Was tut er da? Ja, er geht vor und zurück. Er ist irgendwie... Er wartet wieder totes. Er wartet, bis es vorbei ist. Genau wie die Granate. Er weiß, es ist vorbei. Vor allem treff' ich ihn nicht. Das ist verdammt. Juwelenring auf mich. Hast du auch verdient, ne? Habe ich überhaupt nicht verdient. 66. Okay, was hat er da getan? Großer Schlag. Das macht, glaube ich, fehlschaden. Oh, du den jetzt überlebst, ist die Frage. Wie viel Leben hatte ich? 66. Heil mich. Ich hab mal 5 HP. 7! Ey, komm, ich war nah dran. Ja, du warst da dran. Du heilst dieser. Heil mal mich zuerst, das wär voll super. Dann heil ich auch. Ne, ich kann sein nicht. Ich werfen Bonbon jetzt, bitte. Ne, ich kann's schon machen. Ach, kann ich nicht. Ach, kann ich nicht.